ja leute wir sind zurück bei ähm oh gott ist noch eine aufwärmphase ne? ja jetzt ist der start ja bei CSGO battlet mal wieder hier also let's battle, soll morgen wieder weitergehen jetzt? so jetzt bin ich denn auch drin? ich und Alex gegen Kevin und Pear die sind am start hier also zwei gegen zwei machen wir und Alex versucht sie mal zu rapen hier was uns noch hoffentlich gelingt natürlich map is sold wie schon gesagt da weiß ich gar nicht hab ich schon gesagt ist egal ist egal ist egal ist egal oh gott einen hab ich einen hab ich da fuuck da war ich kurz abgelenkt da zu fangst amperen die laufen wo? da fack doch ich hab dir einen gezogen mann da hab ich seh den türen und den hab ich noch mal gesehen loa ja hab den headshot boah ne Alex nice wo kann man Alex denn her? wo kann man Alex denn her? von oben aus dem Donnerstag ja da biesten wir von Alex hier ich wollte mich da reinsetzen dann bin ich erstmal schön gediegen in der Runde runtergefallen ja Parmas gönnen hier Tore wie kann ich mir was gönnen? mit B mit B Alex V wir spielen eine Runde Geiselbefreiung natürlich und es steht 1-0 für die Captor Terrorists hier auf dem Dach ist einer Bist ihn wieder tot? nein aber ich hör es ein Tandor steht noch hier Soundtouren um 1 0-0 0-0 aber ich soll Floris unten in der Halle ja wo kann der denn her ey? ja auf jeden, er ist Sneakyman hier sagst du? der ist auch Sneakyman Pair war auch Sneakyman, aber ich hab ihn gehört aber ich hab ihn gehört glaube ich ihn kenne ist eh mehr der Sniper auf dem Bahn gleisen ja glaube ich auch Schimler da draußen ey Schimler von dem Herrn ey Pair so was machst du nicht ne? nein 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 never so meine Freunde escorting Hostages hm hm nein oh nein lol gib der mir kürll ich hab dich selbst gekillt, willst du mich verarschen so ein Kackmonge weiß dann oh nein oh nein mit Hilfe von Pair und Alex haben wir gewonnen Alex ey sch*** Alter hast du gut gemacht irgendwie lagst du grad bei mir ein bisschen bei mir auch, oh Gott jetzt gehts wieder jetzt gehts wieder jetzt gehts wieder oh Gott Alter, will ich mich verarschen da oben? der ist draußen auf der Leiter Pass auf, der hat grad ne Blend geworfen Flashbang out unten ist die Tür aufgegangen unten? ja, aber er kommt nicht rein jetzt brennt er mach du bist doch die Henne ey ist tot scheiße und Alex hat von draußen mich geschossen hat nicht rausgegen also irgendeiner wird noch draußen sein der nicht rausgekommen also Vorsagen ist ja wieder verboten aber guck noch Team-Mates zu schade Alex ich hab Kevin nebenan geschossen Kevin muss hier allein spielen meine geile Waffe hier da hab ich Pair angekossen und immerhin die Hälfte abgezogen na ist doch schon mal was ich muss sparen geht nicht anders ich bin echt steil echt steil hier ich bin im Arsch Alter, ich hab auch wieder Relakt ja jetzt gehts rein ich hab wieder 60 ja ich guck jetzt naja ich könnte geil die da immer schimmeln echt so die schimmeln immer voll Kevin kook Kevin kook übrigens da am Gang wo ich immer eben komm einen hab ich im Gang gleich im Gang im Lüftung schaut da was ja hab ich auch alter hätte Glück ich wollte eigentlich mit der SZI abknallen hab die Pfaffe vom Pair aufgesammelt und? ja findest geil war ein Lacker ja Pair hat wieder dicky dick eingekauft die Schintanung sagst du ah come on let's go oh ja das hab ich ich hab mir auch auch ne geile..., was ist eigentlich grade Alex? ich hab die Spar-Runde sieht man das nicht? Spar-Runde geht immer hab ich eben auch gemacht ne? Ja Spar-Runde geht immer hab ich eben auch gemacht Apeir hat mir der Desert Eagle Ich hab mir hier One-Shot gegeben, ey. Instant-Head-Shot. Im Gang! Ist er da noch drinnen? Ich weiß es nicht. Wer weiß? Vielleicht... Wer weiß? Wer weiß? Nein! Schade. Hab ich's mir doch gedacht. Weißt du nicht, was man da durchschießen kann? Im Gang hat keiner. Ist noch einer! Loll? Ist wieder oben. Verzweifelt, Peer da einfach nur schießt. Ja, er kann nix. Äh? Loll! Wo war er? Äh, warum krieg ich denn damit? Einen hab ich. Lollipop! Auf dem Dach! Ich hab' ich auch. Sehr schön. Boah, 2% noch, Alter! 98 Shams! Mit Peer's Waffe noch, ey. Ja, ich hab' die immer noch. Die ist auch ganz geil. Ist wie die AOG halt, ne? Let's go! Hm? Ist das so ne... Ist das so ne... Ist das so ne Pay2Win-Wach, oder? Heißt, nein. Nee. Draußen, auf der Treppe. Flashbang! Oh, Toru ist meine Plätze geschmissen? Ich bin hinten reingekommen. Nein, hab' ich. Oh, Toru ist... Toru ist oben heute Treppe hoch. Na, lol! Oh, er hat mich aber weggesprayt, ey. Na, kann ja auch nix machen. Der ist noch drinnen oben. Alex... Ja, ich hab' Alex da gerade gesehen. Na, Alex ist ja ausgeschmissen. Kann ich sein. Kann ich sein. Ich hab' es gesehen. Alex, mach Spaß ohne mit 10.000 Geld, sagst du. Joa, muss ich. Stabil, sagst du. Ja, noch steht's 3-2 vor uns. Alles cool. Ich hab' keinen Druck. Kevin muss rauskommen. Ne, du musst rauskommen, Alex. Alex, du bist so... Gib' ihm doch! Nein! Watt' ja! Watt'n aimbar, Alex. Wenn du deine dicke Bumme gekauft hast... Ich wusste das, Alex. Nein. ...dann du stirbst wieder, als du da runtergefallen bist. Ich hab' mich auch. Ich dachte auch... Jetzt bin ich wieder gut. Oh, falsch... Ah, ne, hier muss ich lang. Huh! Uff, hat der Knopf. War nicht. Jetzt sitzt er da oben und schimmeln. Toru hat er mal angehört. Einen hab' ich. Loll! Okay, Toru hat aber dick damage fair. Oh, ja. So, müssen wir die einfach snaggen können. Da war eben Orton an der Treppe... Ich denk' mal, geht auf das Dach driefen. ...und dann ist es so. Oh, ja. Ich hab' den Knopf. Oh, ja. 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 37 Prozent eigentlich noch. Ja. Kann ich mal Score angucken? Hätt' ich... Wieso kann ich keinen Score angucken? Kann man. Komm nicht mehr alles. Bei mir? Ich kann keinen Tab drücken, kommt kein Score. Super. Ich hab' 0,6, Alter. Im Ernst? Alter, ey. Die Steuerung umgestellt? Viel zu lange nicht mehr bezahlt. Schön. Gerade. Ja. Sorry, Theo. Ich hab' das viel zu lange nicht mehr bezahlt. Oh, ja. Ich kann irgendwie keine Scores angucken. Ist echt komisch. Ach, nein. Boah, Fanny. Du brauch' äh... Tabulator? Funktioniert nicht. Tore, würde ich dir aber auch nicht empfehlen. Funktioniert aber nicht. Ja. Du wirst enttäuscht sein. Tore, guck dir jetzt auch lieber nicht an, du wirst dir enttäuscht sein. Oben und draußen. Ah, Treppe. Sag, Kobi, es kann ja kein Shuttle, ich muss den untersuchen, ey. Flushbang out. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, du kannst dir die Sachen hochschmeißen, oder? Ja. Du. Welche Sachen? Ja. Zack. Ist klar. Der andere ist in Driftung. Ja. Wieso kann ich dir keinen Zap zurück, sonst kotzt mich doch wieder an, ey. Mit der Sniper keine Chance. Flora, ich kann dir sagen, du hast ein 10 zu 4, ich hab ein 8 zu 4. Ne, dann ist auch gut. Come on, let's go. Oh, nix kaufen hier. Sehr schön. Du hast mich doch mal haben. Äh, hatte ich... Ne. Ich hab heute keine Chance gekauft. Weg! Boah! Binden. Da oben. Unden ist ein Auto. Na fuck! Krieg doch die Hände, ey. Der Auto ist ein Armatik-Sniper, ey. Wo ist der andere, Alex? Ja, du hast hier im Garage. Wo lange gelatscht. Boah, Alex, ey. Das ist ohne Spaß Das ist ja der größte Hardcore-Camper Kamera Das ist echt komisch Er sagt so, guck mal, ja stimmt so Wollen wir mal gucken Du bist in der Zeit Lege Maustaste Das ist schön Es, ich seh ihn Wo? Bei der Geisel Schade Ah doch, hast doch Kevin mitgenommen Hat doch geklappt Wie könnt ihr mich denn noch mitnehmen? Na Pistol Pistol aim Ich hab Alex noch dick damage gemacht Ich hab Alex noch dick damage gemacht Ich hab Alex noch nicht, du weißt du Ja, ist ab Ah, ist ab 4-5, bleibt noch spannend Bis 8 geht's ja nicht, ne? Die meisten durchbissen Alex angehittet Tore Ja, was gibt's? Ich bräuchte dir da mal Hilfe Ich bräuchte dir da mal Hilfe Ja, ich helfe dir schon Auf meine Weise Sag ich mal so Einen hab ich Oben aufm Dach Oh, Tore ist durch 2 Schüsse nicht verengt Die haben sogar beide getroffen Toll Tore aufm Dach oder was? Ja, Tore ist aufm Dach Oh Gott, am Camp Ah, schöner Alex Hey, hab ich auch grad im Bissi gehabt Oh, Alex hat auch Autos Sniper aufm Dach 5-5 Ja, jetzt wird Keinen Erbarmen Nee, können keinen mehr wie Alex nicht Aber ich kann keinen Tappen drücken Das passt doch wieder an Wenn wir untersuchen, ey Einen hab ich Wtf Boah, ich hab ein Aim-Bot drauf Ja, auf jeden Hat er auch Hat er mir schon mal erzählt Ja, heimlich Ja Hat er mir im Chat gespielt LOL Boah, ich hatte grad nen Stumpel Wie? Alter, was war das denn für'n Leck? What? Hätte voll den Leck Hat er grad nen Stumpel Im Stumpel hab ich dich getötet Das ist einfach ne crazy Scheiße Ja, und ich hab dir da Ich hab dir 10 Kugeln reingedrückt Boah, hoffentlich klappt das hier halt auch Let's go Ich hab 10 Kugeln reingedrückt Habe ich überhaupt Schaden gekriegt? 10 Kugeln Und du bist nicht gestorben Und ich so Wut Was? Und auf einmal kommt so eine Kugel an Und wo rein? Ich kann eigentlich durch die Wand Sofort killen Das kann nicht wahr sein Durch die Tür Dann komm ich nur P-Sniper da, ey Durch die Tür schieß ich hier immer kaputt Also durch ich Der hat halt P-Sniper Nein Ey, wie hat Alex aber Er hat 64 Schaden genommen Hab den Terrorist win Meiii Sieben verweinern noch Alex Das kriegen wir wohin Nee Mit ho- Mit hohe spielen die Melodie Warum nicht? War doch gar nix Geht mir so auf den Sack der Typ, ey Hä? Come on, let's go Come on, let's go Okay, wann so War ich keine Oh, die war scheiße geschmissen Ich hab den Headshot So, das war unser Schöne Tore Schöne Tore Schöne Tore Ja, war ne schöne Runde War schön War schön Ja, auf jeden Fall Leute Haben wir gewonnen Ich und Alex Hier, hier, hier Luft, hier virtuelle Handshake Hier Auf jeden Fall Okay Leute, das war das Battle für heute Und dann würde ich sagen Haut rein Tschüüü Hallo Gucke Whoa Uh Hot Alright Vielen Dank.